Ich bin Huck. Huckleberry Finn. Mark Twain. Ich schreib Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl. Hucky, der Daffer ist da! Oh! Huckleberry Finn! Wuhu! Ja! Au! Vor allem sieht's lös. Dieser Schatz von Indiana Joe hat mir kein Glück gebracht. Mein Sohn Huck, der ist reich. Sechstausend. Wie viel macht das? Für jeden. Sechstausend durch vier, das sind 64.000! Sheriff, Huck und Jim sind verschwunden. Tun Sie was! Das sind böse Männer, Huck. Der fieseste von ihnen ist mein Alter. Den Schatz, lass hinter mir her. Versteck dich! Ich hab ne Idee. Ich bin Sarah Williams, Ma'am. Wora hast du so lügen gelernt? In der Schule natürlich. Ich geh nach Ohio. Und wie willst du da hinkommen? In Mississippi runter, bimm dann den Ohio rauf in die freien Stadt. Ich werde frei sein. Unnahmt! Ich bin Ludwig der Siebzehnter. Ich bin Huck der Erste. Und mein Vater dem Allerletzten und meiner Mutter der Unbekannte. Huck. Ich hab's gewusst. Huck! Ich bin Huck das. JASZE Untertitelung des ZDF, 2020